Guten Tag! Er hat die Stimme aus und hat die Stimme ausgesucht, damit wir, ohne der Blischt auch auf Alkohol sind die, ohne ihn zu sein, aus dem Schlüssel zu gehen. Was möchte ich sagen, dass das Glauben besser wird, das Glauben besser wird, das Glauben besser wird, aber es wird die Stimme besser. Aber wir sollen am Ende auch nicht gehen. Okay, schön, Wenn ich esse literature sage, ich wordito es sehr englỗi nicht. Segen Fr. Hörenderte in der Kirche その ErfOL Norbert St. he die Köln der Filo, Sieg Teures, Lef an euch auf der Sonne und auf der Sonne. Wo ist der Fisum? Die Köln der Filo, Sieg Teures, Lef an euch auf der Sonne, also mit dem Dach, der Munches soll sein, also wie Teures, was ist die wichtigste. Das ist der Apostel, die Höhlen, Kofmeim, die Köln der Filo, Sieg Teures, Lef an euch auf der Sonne, Machsas Kappai, Munches Elf. Also, die Dauer, noch die Bete von den Reboden schlieren. Und die Köln der Filo, Sagen, also wie Teures, Vardir, Machsas Kappai, Ich sage euch, meine Hand, bei Tfüller, in Mincha's Erf, bei Mincha, Tfüller, in Mincha. Ich sage euch, Herr Kodesch, am Möge, die Kasse. Die Hoffnung, die Möge hat doch gewusst, dass ihr dort zwei Mal was, mit Binnen Keteris. Sei in der Friede, sei bei Nacht, sei vor Nacht. Es ist für was es gesagt, Mincha's Erf. Aber Keteris, die von Vannachemasserskape in Mincha's Erf, ist für was es gedacht, dass die Tfüller an der Schäufer werden, dass wir die Keteris von Beinahabayim. Für was es ist die Tfüller von Schachris? Erstmal gedacht, stehenen, Tfüller an der Schäufer, als sie mit der Keteris. Zog denn so, Herr Kodesch und Barschus, bei Yechi, rafreisch auf Teso, mit Beiss, rafreischlamet, als Tfüller an der Schäufer, Keteris kommt noch mit Zimche. Die Keteris ist in der Sammach, der Eberste. Für was, es steht aposten zu Schäufer und Keteris in seinem Leben. Ich sage, ich will euch nicht sagen, Keteris bringt Zimche. Und die Rebe ist, die Teures gekommen, Davke, B'shaas, Daenerys. Das meint, das steht in der Postig, Barboike, 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 Baritiva ist ein Ereus, sagt die Rebe, wenn wir zu Daenerys in der Früh, oder Lederammer mit Zündnis in der Früh, dafür macht es ein Teures. Bei Ere, versteht euch, bei Halles, Arnes, Aenerys, Benar, Bayem, sagt die Rebe, dann macht es ein Teures. Rebe, Oer, bringt Rebe, Simcha. Teures ist ein Sach, was wir haben, Schemen ist ein Sach, was wir haben, die Rebe, die Oer, von der Meneure, was kommt mit Schemen, und die Teures, was kommt nach dem, das ist, was wir haben, die Rebe, die Rebe, die Schemen, das ist ein Meiler. Zagt, das ist ja, Kodesch, das sagt, Schach ist, ist betarbar als Mann, Simcha. Am Meiler, Heulung. Die Eberste bringt ein Lichterkeit, in der Welt, die ganze Welt fühlt sich besser, also steht in der Zaal, als in der Früh, soll nicht wisst, ein kranker Mensch, weil in der Früh fühlt es besser, was als Mann, Simcha, die Temperatur geht da, aber nach steht, man soll nicht wisst, wenn man, естественно, wenn man aber eine Temperatur steht da, wenn man halten, wie vor einem Klopfen auf den Tod, in der Früh fühlt es besser, und mit einem Tag nach dem Strümen. Es ist der Zeit der Aufregung, der Gegen gunst selectiert, в Caperüben der Welt. Es ist ein Zeitgang der Fähigkeit auf der Welt. Man muss es ein Zeitpunkt aus dem Leben sein, dem den Moment der Tats todfindet, wie es ein Zeitpunkt der storage, das ist ein Zeitpunkt. Es wird auch die Welt hinein repaired und er hat sich den Fähigkeit, das ist eine Zeitpunkt, die Welt der Fähigkeit der Fähigkeit mit einem Schmack im Shammay. Das ist das Gott, der Herr Schatz, der Herr Schatz zu einem Neufthal. Also dieses ist ein Zeitpunkt und Allerf, der Herr Schatz zu einem Jahr folgt, Das meint, dass der Reach von Besommen schmeckt besser, das heißt, die stärkere Wirkung auf den Menschen, die stärkere Kaj, wenn man macht Besommen schmecken, nachmittig ist es auch stärker wie der Beuge. Und da wird er mal gebeten, ich bete meint vieler soll sein, als er mit Besommen und mit den Beinen, wodurch ich bin ein Recher Neude, es macht eben schon mehr Besumche, aber bei Beuge, es ist auch ein Ziemann. Bei Erb, es ist ein Ziemann, die Gebur der Sardinen, wie bei den Ktoirschen von den Beinen, tuttäufig ergrößt es in den Schammeim, betech meint vieler soll, wenn man in den Schammeim, also wie die Ktoirschen von den Beinen. Es ist interessant, das ist dann auch noch nicht, dass man immer über den Rambam Paskent, dass die Beuge der Ktoirs, auch mit dem Mechanismus gewinnen, nur mit der Ktoirschen von den Beinen. Ich weiß nicht, es ist nicht schlecht, aber so ist die Hälfte. Was sind die Begrömer von Amiris Karbonis, Pfarrendavon und Pfarr Schachers, Pfarrer Mincher und Amiris Akteures? Es steht dort, dass die Mahmoudis lehnen Paskent Bereches. Ich frage dich mal, Mahmoudis ist die Menschen, die sind gestanden und gefasst, beschastet, dass sie gefasst, dass die Epische, dass sie die Begrömer sein, die Zwillen von Klaulis, die Karbonis und Klaulis alle rotzen. Es haben sie gelehnt, in Paskent Bereches. Was haben sie gelehnt? In Paskent Bereches sagt, die Gemara hat die Abahme gesagt, dass sie nicht gut ausmacht, dass sie nicht alle FREDREN berge, die Karbonis behert haben, und es steht dort und es sagt auf dem Zuck, was die Ebische, mit Dawendah, die Ebische, die Ebische sind in der Karbonis, die Karbonis, die Karbonis, die Karbonis, die Karbonis, die Karbonis, die Karbonis, Aber es steht, Und 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 es, Und es steht, 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 Und es steht,